Hallo, Stardew Valley. Yay! Oh, Blümchen. Ah, schön von der Spätschicht gerade. Erstmal geduscht, ein YouTube-Video geguckt, Joghurt gegessen. Kann ich auch mal ein bisschen Stardew Valley spielen. So, Mitternacht. Herbst! Was ist Herbst? Es ist Herbst. Nehme ich überhaupt auf oder rede ich mit mir selbst? Ne, läuft. Ups. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben hier... ...de Bäumchen. Da bellt ein Hund. Hallo, Hund. Hallo, Hund. Oh. Kirschen? Nice. Warum gieße ich die? Weil ich das Feld eventuell nochmal benutzen möchte. Deshalb gieße ich die. Hat also alles Sinn und Zweck? Ih. Oh, Clay. Sweet. Dann machen wir mal sauber. So. Und das sauber. So. Oh, ich brauche so mies diese Dingers. Aber so mies diese Dingers. Na, ich habe ja schon mal schön vorgearbeitet. Das ist gut. Ich habe kein Wasser mehr. Oh. Yoda. So. Alles wässern, was geht. Oh, ich liebe die Herbstmusik. Schön entspannend einfach. So. Aufräum machen wir später. Ne, Hundemats? Ja. Feines Unimats. Feines Unimats. Keines Unimats. Ein Kicken. Oh ja, stimmt. Ich habe die zwei Sidos. Ich wollte einen Huhn haben. Deshalb auch das ganze Geld. Aber erstmal... Krams. Krams erledigen. Ähm. Normal. Normal. Nicht normal. Du bist normal. Oh. Die Kirsche muss ich abgeben. Das Ding auch. Das Ding sowieso. Das weiß ich noch. Die auch. Alter, warum muss ich da alles abgeben? Habe ich das Huhn schon abgegeben? Ah. Ähm. Ja. Was steht denn da? Die Statue eines Huhns auf einem bronzen Podest. Die einstigen Bewohner dieses Gebets müssen. Huna wohl sehr geliebt haben. Huna. Huna vor allen Dingen. Tell me you're tired without telling me you're tired. Ah. Das ist so nervig mit dem Schwert. Hoh. Mal die Sense. Luh. Hallo. Pss. Yeah. Okay. Körbisse. Mais haben wir noch. Okay. Dann machen wir mal acht Körbisse. Acht Körbisse. Acht Aubergine. Acht Senfkohlen. Immer schön Feld für Feld. Süßkartoffeln. Ich liebe süßkartoffeln. Geiles Zeug. Geiles Zeug. Preiselbeeren. Oh. Nie soll der fern von. Aber die wechseln gut nach. Wer weiß noch ein paar Sonnenblumen. Jawohl. Acht hier von. Feensaat. Acht. Gut. Amaranth. Amaranth nehmen wir auch mit. Gibt es amaranth eigentlich. Also klar gibt es den. Aber was ist das? Weintrauben. Oh. Den Katalog. War cool, ne? So, haben wir das. Dann. Geben wir mal ab, was wir so abgeben können. Den Granatapfel. Nein, ich bin überhaupt nicht albern. Weiß gar nicht, was du meinst. Voll ernst hier. Und ne Beere. Jetzt brauchen wir mal einen Pils. Äh, nope. Garantiert nicht. Okay. Was haben wir denn für dich hier so schönes? Okay, gut. Gut, gut. Davon haben wir auch gar nichts. Alter. Hartwerker. Ne Kirsche. Und ein Granatapfel. Ja geil, jetzt brauche ich noch eins. Sweet. Honig wird wahrscheinlich das nächste sein, ne? Okay, ja, das wird das nächste sein bei uns hier. Dann haben wir den auch durch. Soweit, so gut. Müssen wir noch irgendwas abgeben? Ne, alles gut. Sweet. Okay. Nice. Nice, nice, nice. Nice. Okay, jetzt haben wir alle drei durch. Brumbeere. Brumbeere. Brum. Brumbeere. Was war denn das? Was flog denn da? Okay, weg, weg, weg. Weg. Gut. Sehr schön. Ganz durch hier rein. Ah, das nicht. Nein. Okay, dann pflanzen wir mal, ne? Pflanzen wir mal. Bisschen Zeugs an hier. Oh, perfekt. Das ist richtig perfekt jetzt hier. Okay. Ne, Hund. Ja. Bisschen feiner Hund. Bisschen feiner Hund. Alter, ich liebe diesen Gehütter so sehr, Mann. Ich liebe diesen Gehütter. Der Gehütter ist der Beste. Partner, ne? Ja, Partner. So, dann flessere ich mich hier an. Dann haben wir noch ne Menge Platz. Dann müssen wir gucken, was wir noch haben. Dann vielleicht noch ein paar Brumbeeren. Oh, oder die hier. Oh, das ist einfach, weil... Oh, sweet. Soll ich das ganze Geld für so ein Blum ausgeben oder für Brumbeeren? Ey, ich kann ja beides machen, ne? Spricht ja nichts dagegen, einfach beides zu nehmen. Ein paar Feenrosen. Die finde ich auch sehr schick. Oh, riesen Fan von. Nope. So, am Rand. Am Rand, am Rand. So, haben wir noch ein paar. Hund, du kannst da nicht weiterlaufen. Da ist ne Mauer. Da ist Wand, da ist Klippe. Genau, hier kannst du durchlaufen. Das ist okay. Oh, ey. Oh, ich hab ja noch vier, ne? Oh, ich... Warum mehr brauch ich eigentlich nicht? Das Zeug wäre jetzt viel blöd. Also hol ich Sonnenblumen. Kann ich noch ein paar Samen... Davon nehmen... Davon nehmen... Und gut das. Und ich Sonnenblumen. Warum war Sonnenblumen? So. Und ich hol einfach nur mal vier verschiedene. Und was zu essen. Ich hab ja genug Riegelchen. Leckere Riegelchen. Ich glaub in echt würde ich die nicht essen wollen. Okay, gießen wir mal durch. Ich hab's ordentlich gegossen hier. Das ganze Feld wird bestückt. Alles wird schön, schön, schön bepflanzt. Kein freies Plätzchen wollen wir haben, ne? Alles schön bepflanzt. Oh. So. Was auch. Gleich. Sehr gut. Okay. Vier freie Felder. Vier Sachen, die wir noch anpflanzen können. Ähm... Vielleicht noch ein Weizen? Vielleicht noch Mais? Ist vielleicht noch was anderes? Hm. Auf jeden Fall möchte ich noch ne Feenrose haben. Sonnenblume. Vielleicht nehmen wir auch zwei Sonnenblumen. Ne Feenrose und ne Brombeere. Das ist, glaub ich, keine schlechte Idee. Ist auf jeden Fall überhaupt irgendeine Idee. Hat er überhaupt noch auf? Nope. Ah! Verdammt. Den ganzen Tag gebraucht? Hälte. Ja, dann räumen wir mal auf, ne? Viel anderes können wir jetzt nicht machen. Also räumen wir mal auf. So, erstmal alle Steine weghauen. So. Steine. Steine. Das Ding nehmen wir auch mit. So. Zack. Ne Eichel. Sehr schön. Fein gemacht. Das Ding hat mich gerade echt erschreckt. Okay, komm. Ach Gott, hier hat sich ein Frosch versteckt. Ist ja auch geil. Knuffig. Ich mag, wie lila die sind. So. So. Oh. Oh. Fasern. Ah, das kann bleiben. Plopp. Plopp. Und. Tuck. Was haben wir hier noch? Absolut gar nichts. Toll, ey. Zack. 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 Wie viel hast du? Äh. Okay, ja, ihr braucht noch. Okay. Ich glaube, wir sollten uns mal konzentrieren. Es wird nämlich schon spät langsam. So, hier ist alles frei. Ja, hier ist alles gut. Ah, der stört mich so sehr. Hier kann man durchgehen. Das müssen wir dann noch, äh... Markieren. Ganz schön finster hier, ne? Die mache ich morgen. Noch eine Faser. Okay, Hundi schläft. Sehr schön. Wir räumen jetzt alles weg und dann gehen wir auch ins Bett. Schlafen. Nur schlafen. Nur schlafen. Nee. Nicht schlafen. Hurra. Uhuhu. Ist das grün? Ja, das ist grün. So. Und nun. Bitte schön. Viel Spaß. Und nie. Ja, bitte. Unds Bett. Okay. Ordentlich miese gemacht. Auskriegen wir schnell wieder rein, sobald die ersten Sachen wachsen. Dienstag! Eh. Komm schon. Uh, gleich drei von dem Zeus. Sweet. Und? Undi. Morgenhunden, niemals. Okay, die wachsen gut. Mhm. Du mich auch. Gut, Lila. Da sind die Würmchen. Ich sehe sie. Wiggen. Wiggenwurm. So. Das ist Dienstag. Das heißt, jetzt können wir endlich Sachen kaufen. Und ich glaube, wir sollten mal noch acht Weizen kaufen. Just in case. So. So. Ich arbeite mich hier durch. Muss ja eh sowieso ausgegossen werden. Also ist ja egal, was ich zuerst gieße und was danach. Die Schnute einfach. So. Eine Schnute. Und dann muss ich halt wirklich mal huch. Was ist denn das? Gucken, dass ich die Sprenkler bekomme. Das ist jetzt wirklich das A und O. Ich brauche die Sprenkler. Gerade wenn ich jetzt hier so viel gießen muss. Und das schaffen wir nicht. Also gehen wir jetzt mal nachfüllen. So. Oh, acht Weizen und vier andere Sachen. Schauen wir mal. Oder habe ich noch irgendwas Schönes? Sommersaat. Ja, das hilft mir jetzt überhaupt nichts. Du bist auch Sommer. Hilft mir auch nichts. Hilft mir alles nichts. Ist hier irgendwas? Ne. Ich kann... Nein. Erst muss ich Saat kaufen. Ich muss Saat kaufen. Konzentrier dich. Du kannst dir nachgucken. Du kannst nicht gucken, was die Hühnchen so brauchen. Kannst du morgen gucken. Morgen gucken wir Hühnchen. Oh! Oh! Hallo. Ah, hallo Lonnie. Du bist zur perfekten Zeit aufgetaucht. Aha. Cool. Was hast du denn da? Dass unser neues, besondere Bestellungenbrett Robin und ich haben es von Grund auf neu aufgebaut. Ähm. Lois? Du hast nur die Nägel gehalten. Oh lol. Ach, ähm. Ignorier sie. Jetzt lass mich erklären. Ja, wir wissen das. Seit wir wieder im Geschäft sind, ist viel passiert und jetzt haben wir da... Leute, die was von uns wollen. Oh yeah. Hurra. Ich will aber nicht zu denen. Eigentlich schon, ne? Okay, was holen wir uns denn, Trance? Das wächst alle vier Tage. Das auch wächst alle vier Tage. Und ist deutlich günstiger. So ein Blum ist voll teuer. Feen auch. Okay. Also, erstmal acht Weizen, ne? Und wir das fertig haben. Dann haben wir uns heute noch Sonnenblumen. Acht Sonnenblumen. Nochmal acht Beeren. So, dann haben wir zwei Felder. Das ist für morgen. Falls morgen unser Weizen fertig ist. Ähm. Die Preisebeeren sind echt teuer. Wann nehmen wir den noch? Acht davon? Jetzt brauchen wir noch einen. Hören wir uns noch einen Körpers? Oder noch einen Senfkohl? Oder vielleicht irgendwas? Noch einen Weizen? Ja, wir holen uns noch einen Weizen. Weizen. So, jetzt haben wir aber wirklich gar kein Geld mehr. So, die Ladies sind alle da. Das heißt, wir können... Oder sie kommen gerade da an. Das heißt, wir können nicht gucken, was die Hühnchen brauchen. Hm. So. Einen Weizen müssen wir behalten. Ganz wichtig. Einen behalten wir. So. Und dann anderen Pflanzen war hier Höhnenabend. So. Dann haben wir noch ein paar Sonnenblumen. Noch ein... Beerenbuschel. Und noch ein bisschen... Ich hab vergessen, was du bist. Aber wir haben dich. Sehr gut. Und der Weizen für eventuell morgen. So. So. Und dann machen wir hier mal ein bisschen sauber. So. So. Das ist wie so ein Land, ne? Irgendwie. Hätte auch der Umriss von einem Land sein können. Wie so ein großer See oder sowas. Oder ein Landzug. So. Machen wir das noch weg. Der Rest kann bleiben. Flasche Gras. Schönes Flasche Gras. Wir möchten da eine schöne Flasche Gras. Wir wollen Flasche Gras. Wir wollen Flasche Gras. Machen wir das noch ein bisschen schicke. So. 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 Ja. So kann das bleiben. So gefällt uns das. So. Jetzt schauen wir mal, was die hier haben. 300 irgendwas. Ist das alles 371? Sind beide gleich? Oder bringt das überhaupt nichts, wenn man mehrere Silas hat? Das ist natürlich die Frage, ne? Ist das... Bringt das was? War es richtig gemacht? Ja, wir werden es sehen. Und nun? Stehen wir da. Gucken wir uns mal... ...des Dingens an. Die Mina. Wie weit unten sind wir denn? Vielleicht finden wir ja einen Pilz, ne? Oh, hi, Hayley. Pilzi, 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 Pilzi. Wir wollen Pilze. Familien treffen oder was? So. Wo sind wir denn? Wie weit sind wir denn? Auf 55? Das ist nicht schlecht. Okay. Schauen wir mal, ob wir zu 60 runterkommen. Okay. Ich muss meine... ...Picke verbessern. Da ist Eisen. Das ist cool. Ein Geist. Hallo. Oh. Nice. Und senkt. Ähm, hallo? Eins, vierzehn, neun. Zehn. Okay, der Schwell ist jetzt nicht das Beste. Alter. Oh. Finally. So, Eisenerz. Naunstein. Naunstein. Gar nichts. Wir sind es nicht wert, was zu bekommen. Wir sind sad. Wir sind... Oh. Weiter. Uh. Yes. Gib mir. Soll ich trotzdem ne Leiter finden? Okay. Keine Panik wegen... ...dem Ding hier? Ich hab Riegelchen. Ich hab Riegelchen. Ich hab sie nicht vergessen. Alter. Alter, wir kriegen voll viel Quarz her. Ich möchte ein Riegelchen essen. Und... ...noch ein Riegelchen, bitte. So. Ich glaub, ich brauch... ...waa. Au. Komm, hier, hier. Hab ich mir gedacht. Töpfer bist du wohl doch nicht. Ach, finally. Das ist ganz schön viel Zeug, ne? Kann ich hier irgendwie... Oh. Ne, ich hab keine Kohle. Ich... ...glaub ich brauch Kohle für Bomben, ne? Töpferbomben. Töpferbomben. Kappa... Kohle. Andere kann ich nicht machen. Das brauche ich Gold. Alter. Ja, bin ich leider erledigt. Zwergenrolle. Oh, sweet. Au. Äh. Toll, jetzt kommt das Fia auch noch. Komm her, hier. Komm her, hier. Stirb. Stirb. Noch einer? Why? Ich such doch nur eine Leiter. Ha. Hab mir keine Leiter gegeben. Das... Das Loch, das. Das lochige Loch. Leiter. Frozen Tier. Frozen Tier. Oh, ne Trainer. Oh. Na, wirst du wohl. Ah. Gibst du mir... ...ne Leiter? Das wäre toll. Es nehme schon 21 Uhr durch. Oh, da hat sie mich erwischt. Komm, wir müssen noch eins runter. Alter. Ach, finally. Okay, das Schwert ist nicht das Beste, aber es ist noch okay-isch. Aber ich hätte schon gern was anderes. So, jetzt gib mir hier bitte ne Leiter, denn ich möchte da gerne nach Hause und ins Bett. Müde. Spät. Hugo schnarcht auch schon. Oh. Das ist doch nicht dein Ernst hier. Den hole ich mir noch. Yes. Kristalldeutsch. Du hättest... Kristalldeutsch. Dol... Deutsch. Deutsche Gusto. Okay. Ähm... Ja, nee. Kannst du mal... Boah, wir sind endlich Level 60. Alter, was war so... Das war so ein Krampf. Aber... Wir haben zwei von den Dingern. Mhm. Was bist denn du eigentlich? Glühsteinring. Was machst du? Ne? Ich wollte den blöden Deutsch verkaufen. Deutsch verkaufen. Den Deutschen wollte ich verkaufen. Alter, nee. Ja, nie mehr. Ja, nie mehr. Ja, nie mehr. Also, du kannst an sich urschauen durch. Das glaubt noch kein Mensch. Das können wir auch keinem erzählen, dass wir hier so lange rumrennen. Schlafen doch schon längst alle. Vor allem, wenn wir um 6 Uhr morgens aufstehen müssen. Äh. Das war richtig perzig. So. Zeug. Wait a second. Wir haben einen Sonnenblumen? Oh, die wachsen im Sommer und im Herbst? Oh, lol. Okay, für den Nächsten. Wissen wir Bescheid. Wollen wir eh sammeln. Ähm. Nehmen wir dich. Yay. So, dann verkaufen wir mal. Müssen wir irgendwas abgeben? Das müssen wir abgeben. Das nicht. Auch nicht. Okay, cool. Okay, wir verkaufen das Ding. Das Ding. Das Ding. Ja, ich geh ja schon ins Bett. Meine Fräse. Bist du zäckig. So. Schlafen. So. Ich hab mal einen Test reingeschmissen. Gib mir Geld. Oh. Alter, im Ernst. Äh. Es regnet. Yes. Mine. Mine. Oh ja, passt. Marnie möchte am Rand. Wie viel willst du denn? Eins nur. Okay, cool. Kriegen wir hin. So, luckily haben wir ein bisschen Gold gefunden. Oh, diese Geräusche immer. Oh. Wurm. Wurmspot. Oh, Alter. Ehemal. Hm. Näh. Ha. Was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? Ich bin gut. Mittlerweile. So. So. Ähm. So. Okay. Jetzt können wir wenigstens gucken, was für die Hühner brauchen. Ähm. Ähm. Wir haben Goldmais. Jawoll. So. Irgendwas an Geode. Ja. Wir haben zwei Geoden. Brauche ich das? Das kann ich verkaufen. Das brauche ich. Wichtig. 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 Mega wichtig. 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 Es. Frick. Äh. Ja. Alles auch wichtig. Gut. Okay. 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 Du kommst da rein. Einer noch. Dann haben wir es geschafft. Ja. Was ist denn was? Nichts abgeben. Gut. Dann kommt das. Verkaufen. 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 Sehr schön. Und jetzt hat nichts offen. Das war heute regnen muss. Wir haben so viel zu tun. Und es regnet. Und wir könnten eigentlich jetzt gleich voll fett in der Mine gehen. Aber nein. Wir haben zu tun. Ja. Wann können wir danach in die Mine gehen? Hat auch was. So. Am besten fangen wir hier unten an und arbeiten uns hier oben hoch. Also erstmal gehen wir die Gioden aufkloppen. nachdem wir in der Mülltonne gewöhnt haben. Ach. ist das eklig hier. Okay. Müll. Wir haben Müll aus der Mülltonne geholt. Ach geil. Okay. Okay. Geoden aufbrechen. Gib her. Eine gelbe Sonne. Äh. Eine grüne Sonne. Und ein lila Dingens. Und ein großer Klumpen Lunarit. Sweet. Wo musst du blöde Kohle jetzt stehen? Hallo. Ich möchte dir spenden. Hier hast du Stärkenrolle. Und Dingens. Eine neue Belohnung. Sweet. Nehmen wir. Kann man gebrauchen. So. Dann gehen wir jetzt mal zu Robin. Die hieß Robin, ne? Ja, die hieß Robin. Klar hieß Robin. Ich weiß das doch. Mensch. Oh. Wörmer. 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 Äh. Ah. Nehme ich. Nehme ich mit. Kann ich immer gut gebrauchen. Häää. Ja. Was ist das hier weiß? Hallo. Hühnerstall. 300 Holz und 100 Stein. 400 G. Okay. Wir bauen einen Hühnerstall. Wir bauen einen Hühnerstall. 300 Holz und 100 Stein. 4000 G. Äh. Ja. Da. Wir bauen jetzt einen Hühnerstall. Wir bauen jetzt den Hühnerstall. Scheiße auf die Mine. Wir können gleich immer noch gehen. Läuft nicht weg. Hoffe ich. Okay. 100 Steine. 300 Holz und die 4000 G. Wir können auch... Wir können nicht zwei machen. Weil wir haben nur für einen Steine. Nach dem Ingang vielleicht. Ne auch nicht. Nicht, wenn es sonst hier so weit runter zu kommen, wie... 80 halt runter ist. Ah, da sind das auf Level 16. Wir sind noch 20 Level runter. Äh. Ich hab voll Bock drauf. Okay. Hofgebäude. Hühnerstall. Bauen. Gib mir Chicken. Ich möchte Chicken. Chicken Nuggets. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Da hin. Hier hin. Ah, machen wir hier hin. Ja, ist gut. Super, danke schön. Ja, das wird das... Bescheiden. Aber... Wir gehen jetzt in die Mine. Mit voller Energie. Bis auf... Oh. Nüsschen. Den einen Wurmplatz hier. Wir wollen runter. Auf Level 80. Auf geht's. Oh. Quatsch. Alter. Alter, noch eine Fledermaus. Was ist los? Oh, eine Cave Carat. Ah, ich wollte das sammeln. Meine Fräse. Kohle. Sweet. Okay. Okay, ich klopfe jetzt mal das hier alles ab. Geil. Ich klopfe es trotzdem alles ab. Ich muss es haben. Ich muss das sammeln. Alter. Alter. Mach eine Mücke. Mach die Fliege. Danke für deine Flügel. Ich brauche eine Menge davon. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. So. Okay, gib mir bitte... Nicht noch eine Fledermaus. Was ist los mit den Viechern? Oh, geil. Gefroren eine Geode. Nehme ich. Gold. Hammer. Nehme ich auch. Och, nö. So, draufhauen, draufhauen, draufhauen. Irgendwann sind sie durch. Oh, nice. Haha. Ich gehe erst mal hier lang. Ich finde doof, dass diese kleinen Viecher aggressiv sind. Ich finde die voll niedlich. Würde ich bei mir zu Hause auch haben. Ich denke, ich denke, sie sind sehr aggressiv. Aufhauen. Aufhauen. Nehme ich. Okay, ich muss nur noch einen runter. Dann haben wir es geschafft. Noch lebe ich. Ich nehme, was ich kriegen kann. Oh. Oh. Geschafft. Yay. Ab nach Hause. Kein Bock mehr. Leider... Oh. Ich kann mein Zeug verkaufen, aber leider ist es zu spät, um die Omnigeode zu knacken. Bis ich blöd ist. Hey, Buddy. Immerhin. So. 30. Fast. Okay. Okay, du hast wie viel? Was bist denn du? Entermesser. Entermesser hat 17 maximal Schaden. Du hast aber mal fast 30. Hol es, hol es mir nicht. Ich meine, es dauert eine Weile, bis wir die Hühner bekommen können. Ah, wir holen erst mal einen Huhn. Ich merke mir die aber. Ich merke mir die. Ich finde die nicht schlecht. Wir kommen ja so weit echt gut zurecht. Das habe ich schon abgegeben. Warte, das kann ich doch essen. Ja, das kann ich essen. Okay. Das ist nicht essbar. Das ist nicht essbar. Essbar behalten. Oh. Mehr kann ich nicht verkaufen. Mann, ey. Mann, ey. Mann, ey. So. Das kommt hier hin. Kann ich erst mal behalten. Den Gioten auch. Kann ich eigentlich mal mitnehmen, ne? Sonst kann ich auch essen. Die sowieso. Die kann ich auch essen. Eigentlich brauche ich jetzt im Moment nichts. Also die kann ich eigentlich auch. Kann ich eigentlich alles verkaufen. Ist jetzt nicht so tragisch. Nee, ist jetzt nicht so tragisch. Den nehmen wir mit. So. Gut. Mal sehen, ob ich das bereuen werde. Aber Geld ist immer gut. Geld, Geld, Geld wollen wir haben. Also. Kommt, Leute. Wir brauchen Geld, Mann. Ich brauche Hühner. So. Ab in der Haie. Ab in der Pfanne. Mal hin. Keine Musik? Doch, da ist Musik. Wir sind schon fertig, ne? Nee, noch nicht. Morgen erst. So. Bis jetzt noch nichts, was wir ernten können. Die Kanne ist mir jetzt so leer. Aber das hier können wir mal abhacken. Geht ja auch theoretisch ins Smiling-Level rein. Aber wem erzähle ich was? Ich muss weiter runterkommen. Ich hole mal eine Pizza und dann geht's los. Na, brauche ich nicht. Ich habe noch Riegelchen. Yes. Ich habe noch Riegelchen. Das Leber ist Riegelchen. Oh. Oh. Ja, nee, das wird nix. Das wird nix. Jo. Bald, bald habe ich Sprenkler. Bald, bald habe ich überall Sprenkler und dann ist gut. Ich schaff das noch. Ich schaff das noch. So, ab in die Mine. Verstand da vor ich ja. Ja, Hund, du bist treu. Dich trifft keine Scheu. Du bist perfekt. Du bist Hundi Mats. Hundi! Den nehmen wir mit. Oh! Oh, das nehmen wir alles mit. Und dann... Nun, 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 nun. Nehmen wir alles mit. Vielleicht wachsen die Pilze nur im Wald. Lass euch vielleicht mal demnächst nachschauen, ob ich da einen Pilz finde, dass ich den abgeben kann. Das ist ja hier irgendwas. Pilz, Pilz, Pilziges? Ne? Okay, gut. Cool. Bah, Pilze sind so perzig. Pilze sind so perzig! Oh, da kommt mir gleich alles hoch. Ne, Pilze mag ich wirklich nicht. So, hier müssen eigentlich auch Pilze sein. Theoretisch, aber Dinger wachsen echt überall. Keine Ahnung, wo sie nicht wachsen. So, fast le... Oh, du hast ein Sternchen. Du hast ein Sternchen. Oh! Ein Kampfstiefel. Alter, das dauert wieder ewig jemand. So. Ups. So. So, drei Verteidigung. Ja, doch schon. Ist zwar nicht so cool wie der Tundra-Bottig, aber doch schon besser. So. Wieder alles abgrasen. Was geht? Ah! Alter! Äh, das war völlig glücklich mit den Viechern. Eine Winterwurzel. Ist das nicht was anderes? Ich glaube, das habe ich noch nicht, oder? Weiß ich gar nicht. Muss ich gleich mal gucken. Äh, Winterwurzel ist... Neu! Sehr schön! Haben wir doch was fürs Dingens. Ah! Weiter! Endlich! So, die Fläermaus hat mich noch nicht bemerkt. Das ist gut. Uh! Oh! Immerhin. Gehen wir hier lang? Gehen wir da lang? Ich gehe einfach irgendwo lang und gucke, was passiert. Notessen war ein Riegelchen. Ah! Alter! Ah, ich glaube, ich esse erst mal eine Nuss. Gucken wir, was passiert. Neh. Dann lassen wir nochmal eine Pflaume. Eine Pflaume! Na ja. Kann jemand leben. Und da hat es doch wieder gequiekt. Ah, da ist er. Komm her, hier. Komm her, hier. Komm her. Wirst du mir wohl... Oh! Leiter geben? Oh! Wichtig! Mitnehmen. Geld. Gib Geld. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Gib Geld. Noch ein Geist. Jawohl. Gib XP. Denke ich mal. So, Digga. Sieh zu, dass du hier rangehüpft kommst. Knockback ist echt insane. Na, tut weh, ne? Alter. Oh! Okay, wir haben einen Sprengler. Safe. Einen Sprengler haben wir. Alter, nee. Och, ey. Und ein Quaker. Komm her, hier. Rußmännchen. Okay. Neeein. Pff. Ja. Ihr sollt mir Leid eingeben. Was ist los mit euch? Du bist langsam erschöpft. Dann essen wir nochmal eine silberne Pflaume. Oh, gleich 35 Energie. Ist nur noch eine. Und war weg, das Zeug. Wir müssen noch doch ein Golderz. Jawohl. Kann ich mir bitte Kohlen geben? Ja! Kohle! Yes! Endlich! Eine nur... Pff. Boah. Vier Kupfererz. Egal. Wir suchen uns ja was Schönes. Den hier? Na komm, nehmen wir den. Du hast schon mal einen Schaden bekommen. Das ist fein. Okay. Okay. Und wir suchen noch ein anderes Platz hier. Da! Fuck. 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 Oh. Au. Endlich! Und weil's so schön ist... So. Ja, haha. Ich liebe Bunsen. Endlich. Danke für deine Kohle. Ach, komm schon! Alter, da flirmen wir's auch noch. Ja, du kommst hierher, gut. Flügelchen, sehr schön. Kannst du jetzt bitte... Ah, endlich. So. Okay, das sind die kleinen. Sehr schön. Ein bisschen Kohle. Hm, haben wir noch was anderes zu essen? Das möchte ich jetzt nicht essen. Joa, Riegelchenzeit, ne? Riegelchen, wie viel Energie geben die eigentlich? Ah! 15 mehr als so ne Pflaume. Wollen wir ein bisschen kämpfen? Ja komm, wir gehen. Alter! Bist du... Bist du doof? Bist du doof? Weg und... Hoffen das Beste, würde ich mal sagen. Zwei Riegelchen haben wir noch. Endlich. Ouh! Sweet. Ja, bitte. Fast geschafft. Noch 10 Level, dann sind wir auf 80. Ja! Ja! Endlich! Ähm, so. Einräumen, verkaufen, schlafen. Das ist doch schon Freitag. Oh, die Zeit rennt. So, dann schauen wir mal. Hier ist ne Menge. Das hatten wir doch gerade. Die Nummer mit. Ah, den hätten wir verkaufen können. Naja, das einzige was wir jetzt verkaufen können, ist den da. Immerhin. Immerhin. Und die schläft schon. Wir schlafen jetzt auch. Ja, bitte. Ab in ne Haier. Ab in ne Kiste! Was? Mehr haben wir nicht? Oh. Ich möchte bitte ernten. Oh, mir ist gerade richtig kalt geworden. Hundimat! Oh, je, je, je. Sind die alle eigentlich schon fertig? Na. Senfkohl. Und ich kann mal was verkaufen hier. Oh, wir haben sogar nen goldenen Senfkohl. Sweet. Senfkohl. Na, das wird doch nicht reichen. Ernsthaft? Dieser eine? Steht sich aber auch an hier. Hm? Hm. Nom, nom, nom. Wer hat Durst? Ich hab Durst. Ich muss auf jeden Fall was trinken, bevor ich gleich ins Bett gehe. Also, gleich. Nach dem Let's Play. Das ist wirklich schon eins durch. So, der anderen lässt auch noch auf sich warten. Ach, ich kann's kaum abwarten, bis die Bären so weit sind. Okay, holen wir nochmal nach. Ja, ich weiß, Hundematz. Ich weiß. Bisschen feines Hundematz. Oh, das ist so süß. Ich mag den Hund. Hundi? Ah. Ah. Hm. So, muss ich den abgeben? Wie gut. Kann ich alles verkaufen? Sehr schön. Kann ich gleich acht neue holen. Hm. So. Senfkohl. Und. Holstein Kohle. Okay. Ich brauche nämlich später unbedingt mehr von denen. Sehr viel später. Ich brauche mehr von denen. Okay. Ich muss gucken, ob wir hier einen Pilz haben. Und was die Tante so anbietet. Und was die Tante so anbietet. Kaffee. Kaffeebohne. Okay. Ich brauche eine Tigerforelle. Schauen wir mal. Äh. Wahrscheinlich. Beim Aquarium. Hummer brauchen wir auf jeden Fall. Tigerforelle. Ein Hummer, eine Tigerforelle. Was war das andere? Glasaugenbarsch. Okay. Wir kaufen erstmal eine Tigerforelle. Und einen Hummer. Sind wir auch wieder arm. Ach komm. Den nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Zur Not können wir ihn essen. Jawoll. Brauchen wir alles. Okay. Kriegen wir noch einen Pilz. Ah. Blaubeere. Nehme ich mit. Noch was Schönes. Bevor wir in eine Mine müssen. Okay. Äh. Gib her hier. Keine Pilze? Nicht einer? Das ist doch nicht euer Ernst. Wo sind die Dinger denn? Die müssten hier doch sprießen. Ah whatever. Ja, aber der muss doch hier irgendwo sein. Hier müsste es doch einen Pilz geben. Pilz. Rutsch rüber. Komm mal ran hier. Habt ihr Pilze gesehen, Vögel? Ne. Pilz. Hallo. Das muss doch nicht wahr sein. Das hier kein Pilz ist. Ihr habt auch keinen Pilz gesehen? Ne? Schade. Alter. Gibt es hier keine Pilze? Hier muss es doch einen Pilz irgendwo geben. Hallo. Hört Maus. Hat die eigentlich diese Blume, die ich in der englischen Version habe. Ne. Lustige Schleife hat es aber. Hilft mir nichts. Mago Blue? Hä? Oh, ich kann die schütteln. Nice. Das hilft mir nichts, wenn ich keinen Pilz habe. Pilz. Keine Pilze. 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 Na ja, hier ist wieder der... Oh, bestimmt da drüben. Oh, da kann man noch nicht hin. Okay. Oh, cool. Ah, weißt du was? Ich nehm den mit. Ich nehm den mit. Nehm ich das mit. So. Oh, jetzt windet's aber ganz schön. Stürmisch, stürmisch, stürmisch. So. Spezialfische haben wir keine. Wir haben Krabbenhäuse, Gehäuse. Einmal du, einmal du. Fertig. Entfernung des glitzernden Felsens. Alter, geil. Erstmal gleich gemacht. Ozean. Flussfisch. Einmal du. Jetzt brauchen wir... Süßwasserfisch, der in der Nacht gefangen wird. Nein. Teich? Nachtfisch. Na bitte. Brauchen wir noch einen Aal. Und wir müssen zum Sammelteil. Denn wir haben Wintertropfen oder so gefunden. Keine Ahnung, wie das heißt. Äh, Winterwurzel. Winterwurzel? Ja, Winterwurzel. Ist richtig. Ja, sweet. Haben wir fein was geschafft. So, dann packe ich die Teile... Ich brauche Köder für die, ne? Macht nix. Sollte ich, sollte ich hinkriegen. Sollte ich hinkriegen. Das merke ich mir auf jeden Fall für die englische Version. Das sehe ich, wenn ich die habe... Oder wenn ich das da mache... Dann... So. Ohne Köder? Oh! Nein! Nee. Okay. Brauche ich keinen Köder für die? Ich dachte, ich brauche für die einen Köder. Brauche ich Köder? Ja. Ja, ich habe fünf Köder. Und ich kann eine Menge mehr machen. Huh! Herstellung. Zwanzig. Fünfundzwanzig. Dreißig. Möchtest du die essen? Nein! Was ist denn drauf? Ich esse das doch nicht. So, Köder. Dann haben wir Köder. Aha, siehst du? Muss ich doch Köder reingeben. So, kann ich was verkaufen? Das, das und das. So, dann gehe ich jetzt noch zu Dingensbums. Alter, ans andere Ende der Map. Pah. Das ist ja auch geil. Und dann verkaufe ich die Bottis. Denn ich habe jetzt coolere. Beziehungsweise werde ich mich besser beschützen. Was denn? Ich will ja immer noch dieses Schwert haben, ne? Ich glaube es mir nicht. Wir warten. Wir warten. Brauchst du ein neues Schwert? Nein, ich brauche dein Geld. Immerhin ein bisschen was. So, jetzt aber ab und nennen. Ha ja. Oh. Ja, geil. Kennen wir schon. Das heißt, wir können verkaufen. Tja. Neh, mich. Boah, 21 Uhr ist noch eine schöne Zeit, um ins Bett zu gehen. Gerade wenn man um 6 Uhr aufstehen muss. Oh. So. Das haben wir auch erledigt. Oh, nie. Das Bett geht. Oh. Level up? Hä? Kein Level up. Ich habe... Dingens. Endlich. Jetzt kann ich mir einen Huhn kaufen. Ein Baby Chicken. Nein, ich habe vergessen, das einzukaufen. Oh, na toll. Dieser komische Salat, oder was das ist? Äh, Senf... Senfzeug. Senfzeug. Oh. Oh. Oh, wir haben... Wir haben ein Produkt. Wir haben ein Produkt. Okay, das werde ich diesmal nicht in die... Dingen schmeißen. Das kommt... Gleich. Das... Kommt, äh... Zu... Pierre. Just in case, genau. Senfkohl. Okay, zweimal Senfkohl, einmal Weizen. Ja, zweimal Senfkohl, einmal Weizen. Mehr nicht. Kriegen wir hin. Ne, kriegen wir hin. Zweimal Senfkohl, einmal Weizen. Die Teile. Zweimal Senfkohl, einmal Weizen. Und ein Huhn. Ich will ein Huhn haben. Ne Nienchen. Ne Nienchen. Ne Ticken. Gib mir mein Ticken. Ich mag Hühner. Die sind so lecker. So niedlich. Hühner sind echt süß. Und voll weich. Ja, Hühner sind schon cool. Ups. Das war's. So, dann muss ich auch gleich mal gucken, was hier schon schmelzen kann. Gold, denke ich mal. Ich glaube, Gold können wir eins machen, dass ich noch einen Sprenkler an Land kriege. Du sagst es, Hunde-Matz. Du sagst es. Ach, komm schon. Und wir müssen noch einmal nachladen für die letzte Ladung. So, erledigt. Was haben wir gesagt? Einmal Weizen und zweimal Senfkohl. Gut. Weizen und Senfkohl, Weizen und Senfkohl. Und ein Huhn. Vielleicht kriegen wir auch zwei. Vielleicht kriegen wir ja ein, ähm, braunes und ein weißes hin. Uh. Noch ein Buch. Okay. Einmal Weizen. Zweimal Senfkohl. Sechzehnmal Senfkohl. Sechzehn Senfkohl. Einmal Weizen. So, und verkaufen war... Ich glaube, über den muss ich abgeben, ne? Über Senfkohl nicht und Weizen auch nicht. Was? Über den muss ich abgeben, ne? Ja, so, behalten wir die eine. Und verkaufen den ganzen Rest. Cool. Sechstausend. Das reicht doch wohl für den Huhn, oder? Das muss doch für den Huhn reichen. Und wir geben erstmal die ab. Die Aubergine wird gleich abgegeben. Aber nicht wieder hin und her rennen wie so'n durchgeknalltes Huhn. So. Mit dummen Witzen fertig. Jetzt Aubergine. Aubergine, 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 Aubergine. Ich mag keine Aubergine. Ganz wichtig. Mag ich nicht. Okay, ähm. Da. Was bist du? Ach, ne Süßkartoffel. Ich bin schon grad... Hä? Was ist das denn? Ne, Süßkartoffel. Yum sehen aber in vielen Spielen genauso aus. Und nein, ich weiß nicht, was Yum ist. Außer, dass es essbar ist. Aber mehr weiß ich auch nicht. Ich hoffe, es ist lecker. So, wir gehen mal hier durch. Hello, hey. Vielleicht kriegen wir was aus der Mülltonne. Vielleicht ne Pizza. Nein. Au. Ups. Huh. Das war's. Close. Hello, Sean. Äh, Shane. Sean. So. Tierbedarf. Viel zu teuer. Brauch ich nicht. Gebt mir ein Huhn. 800 G nur. Weißes Huhn. Da rein. Okay, Name. Okay, Name. Gecko. Philly. Lalammo. Frohna. Gucabella. Chumbi. Munoni. Latsu. Motroza. Romo. Romo. Chosie. Maloo. 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 Balil. Hilbert. Snoppy. Sasch. Loot. Loot ist ein Name. Loot ist, äh... Loot ist hier so ein Instrument. Gem. Gem ist ein guter Name für den Hund. Äh, Huhn. So, wir haben jetzt ein weißes Hühnchen. Das heißt, wir holen uns doch ein... ...braunes Hühnchen. Weißes Hühnchen. Wir wollen ein braunes Hühnchen. Braunes Hühnchen. Sehr schön. Braunes Hühnchen. Kommt hier rein. Bussi. Frohna. Breccio. Dramu. Vemumo. Gra. Rihanna. Ey, komm, wir nennen unser Huhn Rihanna. So, jetzt holen wir auch noch eine Heizung. So, als Gerät. Oh, oh, oh. Alles fürs Huhn. Alles für unsere süßen kleinen Babyhühnchen. Damit's denen auch schön gut geht. Den süßen kleinen Babyhühnchen. Alter, wir haben Hühner, Mann. Wir haben einfach mal Hühner. So, die sollen raus. Hallo. Hallo. Komm, wir stellen mal hier hin. So, dann machen wir mal einen Zaun und ein Tor. Oh, hallo, Hühnchen. Bisschen feines Hühnchen. Bisschen feines Hühnchen. Bisschen feines Hühnchen. Ich freu mich so, Alter. Ich hab Hühner. Ja. So, in der Woche, oder? Sind die ausgewachsen? Dann hab ich Eier. Und dann krieg ich Geld dafür. Ach, das Leben ist schön. Okay. Okay, ähm, machen wir das. Hab ich noch Zäune? Nope. Ich hab gar keine Zäune. Ich glaub, ich hab auch noch gar nicht Zäune gemacht, irgendwie. Okay. Ein Tor, zwei Tor, drei Tor. Vier Tor. Und ein Haufen Zäune. Äh, zehn? Ja, zehn. Zehn ist eine gute Zahl. So, bevor wir die Hühner abdampfen. Kommt hier mal ein Zaun hin. Äh, nee. So, Zaun eins. So, Zaun eins. Meine Hühnchen. Zaun zwei. Äh, ja. Ja, nee. Äh, mach mal nicht. Mach mal so. Und. So. Ja, so ist gut. Hühnchen. Oh. Sie gewöhnt sich ein neues Zuhause. Und du, du auch. Oh. So süß, Mann. Alter, die sind so niedlich. Die sind so knuffig einfach. So süß. Wahrscheinlich sehr flauschig. Weiß ich nicht. Pixel sehen ja mal ein bisschen kantig aus. Ich glaub, die sind echt cool. So, das kommt auch hier rein. Aber das sehen wir mal schön. So, dann können wir jetzt mal unser Zeug pflanzen. Und wir gucken, na, wir pflanzen erst unser Zeug und dann gucken wir Hicks. Was die Reuse sagt. Dann fassen wir mal hier hin. Bisschen Farbe reinbringen hier ins Ganze. Was ist da hin? Und hier. So, gepflanzt. Sehr schön. Hündi! Alter, ich freu mich hier in Keks. Sind wir bekloppt? Ja. Oh, cool. Let's go. Alter, Hummer. Flusskrebs. Was ist das denn? Oh, der Flusskrebs. Er jagt mich. Flusskrebs. Flusskrebs. So, Gold wollte ich schmelzen, ne? Was bist du? Du bist Eisen. Na. So, mehr Gold kann ich nicht schmelzen, aber ich kann einen ganzen Haufen Eisen schmelzen. Buchen wir es mal weg. Schmelzen wir mal an Eisen. So. Dann kann ich morgen früh noch ein Dings machen. Aber den sehen wir wieder. Sehr schön. Fein. Schlafen? Schlafen. Schlafen. Ist egal, schlafen. Ja. So, mal früh haben wir noch ein Teil. Föschen. Jawohl. Haha. Hurra, Sonntag. Geschafft. Erste Woche im Herz überstanden. Königin der Soßen im Herbst. Was haben wir denn leckeres? Tortillas? Ja, nice. Also, weiß ich nicht, aber bestimmt. So. Warte, was war das mit dem Zaun? Ein Eisenbarren macht zehn Eisenzäune? Soll ich die austauschen? Ist das eine Überlegung wert, ne? Ne, wir wollen es rustig haben. Auf unserem Hof. So. So. Oh, ist das nicht im Ernst? Noch mehr Weizen. Oh, weiß. Irgendwas anderes? Der hier? Ne? Ah, okay. So, wir haben jetzt zwei Sprenkler. Und die Dinger sind doch immer noch nicht gewachsen. Wahrscheinlich morgen, ne? Verstand da nicht sieben Tage für Bären? Ich glaube, das waren sieben Tage, bis Bären endlich mal... ...hier was machen. Genau, Hund. So. Weizen. Brauchen wir einmal. Also, ein Feld. Na los. Wie ist er? Wie ist er alles? Dann kümmern wir uns mal um die Hühnchen. Die wollen gestreichelt und gelieb gehabt werden. Boah. Komm schon. Das eine bisschen. So. Oh, nein. Missed. So. Jetzt noch das gießen. Schaffen wir nicht. Ne, schaffen wir nicht. Komm schon. Oh, endlich. Geschafft. So, Hühnchen. Ah, ich hab's mir gemerkt. Ich kann da durchgehen. So, wo sind die Hühnchen? Oh, da ist ein Huhn. Welcher bist du? Du bist Jim. Hallo, Jim. Wo ist dein Kumpel? Wo ist dein... Ah, da! Hallo, du. Rihanna. Ich bereue nichts. Okay, Futter haben wir. Gut. Futter können wir nochmal drauflegen. Futter. Aber irgendwas... Oh, ja. Endlich. Wir können Mais abgeben. Wird doch auch Zeit. So, entspannter Tag heute. Einmal gucken, was die Dante für uns hat. Ne Kirsche. Ah. Oh, Batterien. Kürbis. Das ist so. Eine pinke Torte. Oh. Kann ich mir hinlassen. Also eine pinke Torte wäre schon geil, ne? Ach, für fast 2.000 Euro? Ne. Hol die mir doch keine pinke Torte. Bin ja nicht doof. Da wir das nicht machen können, hilft uns auch nicht. Wir haben noch Geioden, ne? Ja, wir haben noch Geioden. Können wir die erstmal aufschlagen? Vielleicht finden wir was Schönes. Was schönes zum Verkaufen am besten? Ja, jetzt kickt so langsam die Müdigkeit. Aber richtig ließ. Nope. So, da gucken wir gleich. Erstmal hier. So, wer der Herr einmal bitte geht, oder? So. Oh, was Neues. Was ist das? Neptunit. Und du bist Geminit. Ich glaube, Geminit haben wir schon. Aber Neptunit haben wir auf gar keinen Fall. Also ab ins Museum. Oh. So. Die Museum spenden. Beide! Oh. Erst passen wir hier hin. Und das Ding packen wir da hin? I don't know. Oh, ein Signerstein. Ja. Signerstein, Signerstein, Signerstein. Würmer. Würmer, Würmer, Würmer. Oh. Können wir schon. Ich könnte ja noch mal gucken, ob wir noch mal runterkommen. Ich brauche Weizen. Ich brauche Weizen, Mann. Gib mir Weizen. Gib mir Weizen. Weizen. Hallo. Einmal bitte acht Weizen. Ja. So. Dann darfst du das und das und das und das haben. Und wir haben den Rest von unserem Mais nicht dabei. Das heißt, wir müssen sowieso noch mal zurücklatschen. Heiliger Bimban. So. Das Erste, was wir machen können, ist. Den Zug erfassen. Und hoffen, dass sonst was Geiles runterwirft. Worausgänse, wir kommen mal endlich an. Oh. Wumms. Noch ein Buch. Züge gibt's aber nicht häufig in den Stadion, ne? Zug! Wum! Der ist echt langsam. Kannst du mal was runterschmeißen? Das wär toll. Schöne, schöne. Oh, ein Haufen Holz. Okay. Oh, ein Haufen Holz. Mehr schmeißt denn nicht? Nur Holz? Alter, was bist du denn nur für ein Zug, Mann? Geh, was Vernünftiges hier. Voll die Enttäuschung. Mann, ey. Da hetze ich mich hier schon ab und dann krieg ich nur Holz. Oh. Pflaume. Die nehmen wir mit. Wenigstens ein kleiner Trost. Na, wir haben einen Stein. Stein ist gut. Stell dir vor, wir können den dann draufstellen. Das wär's ja. Das Ding füllt sich schnell, ne? Nicht Necke. Snick, Snick. Ich bin überhaupt nicht durch. Gar nicht. Ich bin voll normal. Alles bestens. Das glaubt mir keine Sau. Das glaubt mir keine Sau. Okay. In die Mine geht's nicht mehr, aber wir können das anpflanzen. Hallo, Hundi. Hi, bitte, mein Entwanz. Hundi. So. Morgen wirst du besprenkelt. Ja, ich weiß, Hundi. Mensch, ich weiß. Hundi. Ja. So, dann nochmal zurück durch die Stadt. Alter, unsere Beine müssen so wehtun. So wehtun. So dolle wehtun. Einfach so dolle wehtun. So, wer wollt jetzt den Mais haben? Da oben. Ihr wolltet den Mais haben. Ja, du wolltest den Mais haben. Hast du den Mais? Bitteschön. So. Jawoll. Noch ein Einfachgefäß. Sehr gut. So. Noch ein Kürbis und eine Süßkartoffel. Whatever the heck we get first. Und. Äh, ja. Eine ganze Menge anderes Zeugs. So, das kommt dann auch in den Verkauf. Dann kriegen wir nochmal einen ordentlichen Batzen an Asche. Und wir könnten ja Marmelade erstellen. Das ist auch nicht schlecht. So. Sehr schön. Du bist hierhin. Schön in der Mitte. Alter, wir haben so viele Blaubeeren. Komm, hauen wir weg. Blaubeeren. Rinder. Und ab in die Poschen. Erste Woche im Herbst geschafft? Ne. Meinet was. Die Sonne scheint und nichts ist passiert. Oh, wir haben einen Brief. Nächste Episode. Ich muss ins Bett, Alter, ich bin so fertig. Nächste Episode, ähm... Level 80 Mina. Ansonsten, keine Ahnung. Sprengler, ganz viele Sprengler. Wir brauchen die Sprengler. Wir brauchen die Sprengler. Aus dahin... Nein.